hallo und herzlich willkommen zu meinen kleinen einblicken in das linux system ich persönlich habe mich für linux mint entschieden hier seht ihr das in der system informationstabelle die zeigt auch eigentlich sehr viel an das kennt man ja auch unter windows im system unter den system informationen in windows wir haben hier sensoren wir haben ein alles mögliche wird hier aufgeführt hier gibt es sogar benchmarks dabei die ich hier ablaufen lassen kann und auf der linken seite sehen wir hier den prozess manager als erstes hier wie die cpus ausgelastet sind die speicher und auslastung speicher und das netzwerk gut linux bringt von haus aus einen desktop manager mit das heißt also eine multiple desktop anzeige ich werde mal zur arbeitsfläche 2 hinübergehen bis zu vier stück sind standardmäßig installiert hier habe ich zum beispiel meine meine gog bibliothek also good old games bibliothek und auf arbeitsfläche 4 habe ich noch nichts drauf da könnte ich noch was drauf machen und hier unten werden auch nur die sachen angezeigt die wirklich in der arbeitsfläche dann aktiv sind gehe ich mal zurück dann seht ihr unten ist ja auch wieder dieses programm unten in der taskleiste aktiv und so weiter und so weiter doch mein hauptthema wird heute sein wie installiere ich windows spiele auf ein linux system sie seht hier zum beispiel die anwendung bottles und hier sind so ein paar vorschaubildchen drin von spielen die ich erfolgreich installiert habe und auch spielen kann da sind zum beispiel einige uralte dabei comanche 4 zum beispiel dann hier eine flipper simulation und da wo es keine thumbnails gibt das sind eigentlich applikationen apropos applikationen in dieser applikation nennt sich hier bottles ich habe hier auch noch ein paar andere hier in der liste drin die ich noch erweitern und noch mal ein bisschen ausbaldowern muss was die kompatibilität wird der windows spiele applikationen auf das linux system ist jedoch wir wollen ein ganz nagelneues spiel installieren das möchte euch gerne zeigen falls ihr auf eurem linux system diese anwendungsverwaltung habt könnt ihr bottles die noch nicht standardmäßig in diesem linux installiert ist nach installieren das geht so ich rufe das programm auf und dann seht ihr machen wir mal ein bisschen größer dann seht ihr hier die anwendungsverwaltung das kann man sich so vorstellen wie ein riesiges download verzeichnis so mit vielen apps die es hier gibt gegliedert in büroprogramme filmung klang grafik bild bearbeitung internet programmierung schriften spiele alles mögliche und was als erstes auffällt ist flat pack da gibt es nämlich auch einen kleinen feinen unterschied die flat pack dateien oder installations dateien sind abgeschlossene vom system abgeschlossene programme das heißt die sind in sich gesichert wenn ich jetzt hier hingehe und gebe bottles ein dann seht ihr habe ich schon bottles installiert und ist ist eine flat hub oder man nennt es auch flat pack datei die ist installiert in sich das heißt also keiner oder dieses bottles programm kann nicht außen auf irgendwelche anderen system ressourcen zugreifen es sei denn ihr erlaubt es und da gibt es auch ein programm dazu das nennt sich flat seal ja ich weiß dass es erstmal ein bisschen mit vorgeschichte zu erklären und wenn wir es flat ziel aufmachen dann sehen wir all die installierten flat hub programme die es hier gibt und bottles 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 wo bist du hier da ist es und hier kann man ein individu einstellen auf welche ressourcen oder anderen umgebungen bottles oder jeweils das jeweilige programm zugreifen darf zum beispiel puls audio sound server das wäre jetzt zum beispiel die auch das audiosystem dann alle geräte webcam und ganz wichtig sind alle systemdateien sonst läuft der austausch nicht wenn ich von außen im bottles was hinein machen möchte oder ich möchte von außen etwas installieren sonst würde da nichts passieren oder es gibt eine fehlermeldung das ist ganz wichtig dass man das berücksichtigt aber bottles da wird wenn man das installiert über die anwendungsverwaltung da gibt es dann automatisch diese erlaubnis auf außen zuzugreifen also die einstellung die ihr gesehen habt die sind schon vorgegeben die anwendung bottles für linux ist keine virtual machine in dem sinne sondern eine reine laufzeiten umgebung die relativ ressourcen frei daherkommt und hier gibt es auch schon so einige kleine hilfs geschichten die man sehen kann wie man bottles oder wie man das spiel installiert anhand von screenshots und wenn es noch nicht installiert habt dann steht dann hier installieren dann dann werden abhängigkeits dateien und pakete installiert und wenn das fertig ist dann könnt ihr es starten oder könnt ihr wieder zu machen und bei euch hier wenn ihr links unten drauf klickt gebt ihr bottles ein so und dann machen wir rechtsklick dann könnte man das hier zum schreibtisch hinzufügen was ich schon gemacht habe oder zu den favoriten hinzufügen oder zur leiste hinzufügen das wäre die leiste wäre dann die untere taskleiste und zum schreibtisch ist klar das wäre der desktop und zu den favoriten das wäre dann diese leiste dann hat man hier auch schnell zugriff gut startet ihr bottles das allererste mal fragt es mit ein paar fragen etwas zu eurem system ab und wo ihr was hinlegen wollt und aber das ist alles selbst erklärend bis ihr dann auf eine eingabe stößt wieder so sein wird und zwar wollen wir eine neue bottle erstellen und zwar erkläre ich mal wie das genau funktioniert die bottle nehmen soll heißen fallout 2 und wenn ich jetzt in meinem heroik launcher hingehe natürlich wieder auf einer anderen arbeitsfläche ansehen wir irgendwo wo ist denn das da ist es ja fallout 2 das ist wenn ich hier drauf gehe dann ist es zeigt es mir ist es nicht installiert kann ja auch nicht sein weil es ist ein reines windows spiel im gegensatz zu den anderen erworbenen spielen die ich hier gekauft habe zum beispiel kane everspace helium und northgard andere linux spiele nein da kann man hier zum beispiel auch drauf gehen und dann heißt es hier system anforderungen und dann steht dann hier auch system ubuntu ubuntu dieses linux mint basiert auf ubuntu aber in ein bisschen abgespeckteren version das ist eigentlich ganz cool gehen wir wieder zurück zu unserer bottle erstellung dann können wir hier ich mache ein bisschen das ganze mal ein bisschen weiter runter des bottles ist natürlich sehr umfangreich muss auch ziemlich genau wissen was man macht deswegen gebe ich nun mal die grundsätzlichen einstellungen an und zwar hier steht als erstes eine applikation oder gaming oder custom man kann auf gaming gehen und dann steht hier der runner das ist sozusagen die laufzeit umgebung in welcher architektur und in welcher konfiguration aber das kann man ruhig außer acht lassen ich handhabe ist so dass ich auf custom gehe dann kann ich mir nämlich meine eigene laufzeit umgebung aussuchen die da sich unterscheiden zwischen soda kaffee kaffee blub und blä und win g win proton und so weiter und so weiter gut gefahren bin ich grundsätzlich immer mit 1 g proton natürlich in der neuesten version und bevor ihr das auswählen könnt und sollte die noch nicht dabei sein so wird bei der erst bei dem erststart von bottles werden diese sachen vorgegeben was du alles runterladen kannst welche laufzeit umgebung runterladen kannst aber das werde ich hier noch mal speziell und genau erklären die architektur die lassen wir auf 64 bit und das wäre für den ersten schritt schon mal alles dann wird hier eine konfigurations datei für bottle erstellt das ganze werde ich mal ein bisschen schneller machen und da ist es auch schon fertig wie schon gesagt es wurde sozusagen nur die umgebung kreiert also die bottle ein reines betriebssystem also nur ein betriebssystem mit den grundeinstellungen und wie wir auf die einzelheiten zurückkommen dann müssen wir hier rüber gehen und hier steht bottle nehmen das ist black and white habe ich noch in der mache entweder steht nur bottle nehmen wenn es noch nicht abgeschlossen ist ihr es angefangen habt eine bottle zu kreieren oder es steht schon gleich der name wie zum beispiel hier die die vorbereitung dann gehen wir hier drauf jetzt gibt es wichtige geschichten die man beachten sollte und zwar hier gibt es die settings hier kann man noch einzelne individuelle settings für die jeweilige bottle für die zum beispiel für das fallout einstellen dann die abhängigkeiten die snapshots das brauchen wir alles nicht befehlszeichen brauchen wir nicht wichtig ist erstmal dass wir die settings angeben auch wichtig ist dass wir auf dedizierte grafikkarte gehen denn grundsätzlich werden spiele vor allem 3d spiele besser und flüssiger dargestellt wenn ihr in bottles die dedizierte grafikkarte angeht so post processing effects die habe ich meistens nicht dabei dann die synchronisation die sollte von system auf fsync eingestellt sein das läuft dann auch flüssiger und besser dann ich gebe wie schon gesagt gehe ich nur auf die grundlegenden einstellungen ein dann kann man hier windows versionen auswählen davon gibt es in der 64er bit version gibt es dann windows 10 8 1 8 7 windows 2008 r2 windows 2008 also windows 8 nee 2008 sorry und windows xp hätte ich vorher die 32 bit version bottle kreiert dann hätte ich dann auch noch xp windows 98 se und windows 95 hier in der auswongel meine erfahrung sagt zum beispiel ich kann erstmal so die ganzen sachen erstmal so grob voreingestellt lassen und wenn es nicht klappen sollte dann müssen wir später zu den abhängigkeiten rüber kommen die wären dann hier die werde ich auch mal kurz auf zeigen die werden dann heruntergeladen und nach installiert die windows braucht das sind entweder der die auf hier diese dreht 3d compiler 42 43 47 dann dx 11 renderer 9 vielleicht eventuell und auch was teilweise ziemlich wichtig ist sind zum beispiel die ganzen net framework geschichten da gibt es sämtliche versionen bis zu dort net 48 dann was auch teilweise wichtig sein kann falls sie nicht nach installiert werden bei zum beispiel einem spiel das sind die verreddit ist hier diese cc plus plus umlaufzeiten umgebung die kann man alle noch hinterher einladen nur so viel installieren war das programm mal als erstes da gibt es hier ein befehl der dann heißt programm datei ausführen und da gehe ich mal auf meinen pfad und gucke wo ich das installiert hatte ich weiß das nämlich und hier ist es habe ich jetzt angemarkert das führe ich jetzt aus und sicherheitshalber minimiert ihr das denn dann kommt nämlich auch das setup so wie es in windows aussehen würde da es ja von gog games ist werde ich die eule natürlich akzeptieren ich installiere es und dann seht ihr die installations art wie es auf über windows auch sein wird da haben wir es gerade eben gesehen je besser das spiel zur installation vorbereitet ist umso mehr hat man natürlich auch die möglichkeit ein programm sogar noch zusätzlich zu installieren welches bei uns gefehlt hat hier braucht es speziell die netframework 4 geschichte also die laufzeit umgebung netframework 4 und die wird dann auch installiert bei vielen spielen ist das gar nicht so also gerade bei den älteren spielen da müsste man die abhängigkeiten noch nach installieren die ich eben gezeigt habe jetzt wurde das netframework 4 fertig installiert gehen wir auf fertig stellen und jetzt kommt auch noch wieder was dazu und hinterher heißt es fallout 2 was installed successfully bitte nicht gleich das spiel starten sondern erstmal auf exit gehen ganz wichtig denn aus dem einfachen grunde müssen wir auch kontrollieren ob hier die einträge auch gesetzt worden sind hier sind zum beispiel alle echsen 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 ist gut gesagt also alle auszuführenden programme in windows hier aufgegliedert zum beispiel den launcher dann das eigentliche spiel dann das handbuch und die konfiguration falls das kann bei einigen spielen vorkommen hier überhaupt nichts steht dann müssen wir in den dateiexplorer also unter persönliche ordner hier gucken wo diese fallout 2 bottle überhaupt installiert worden ist das findet man auf persönlichen ordner unter war unter ab und com use bottles bottles und data unter bottles und nochmal bottles und dann seht ihr hier schon mal die ganzen programme die ich hier installiert habe in dieser umgebung und hier steht auch der fallout 2 ordner hier drauf das muss man sich so vorstellen das ist jetzt zum beispiel diese windows umgebung hier ist drive c da gehen wir dann da drauf und dann sehen wir ja auch den wie bei windows programm data programm files programm files x86 users und windows jetzt gehen wir auf gog games und fallout 2 und schauen uns mal sozusagen die echse an die es hier gibt fallout 2 echse die haben wir gerade eben gesehen dann hr echse dann irgendwo moment wir werden mal nach dateityp sortieren klicken wir noch mal drauf dann sehen wir hier fangen die exes an gut das sind auch exe programme für linux die dll aber hier geht schon ab und hier sind wir da die high resolution patch ok den sollte man auch noch installieren dann fallout 2 high resolution und fallout 2 normal dann den f2 respekt konfig und so weiter da ich jetzt hier gerade eben ins kalte wasser springe und weiß nicht ob das funktioniert weil ich es gerade zum allerersten mal installiere lasse ich mich auch hier überraschen dann werden wir doch mal als erstes mal die f2 resolution configuration machen die werden wir mal starten mal gucken ob was funktioniert also das sieht gut aus wie schon gesagt macht mal lieber aha das weg weil das versteckt sich immer gerne dann sehen wir zum beispiel hier die einstellung für fallout in der installation wollte er direkt xh 9 haben und dann gucken wir mal was wir hier haben wir haben zum beispiel eine genau die wollen wir haben mit 32 bits customize wunderbar und die high res patch ist disabled hier steht zum beispiel enable gut dann erleben wir ihn mal so die high res patch ist enabled dann rufen unser bottles auf so und dann haben wir fallout launcher ich weiß jetzt nicht was das ist dann launchen wir mal fallout zwei launcher mal gucken ok da kommt nichts weil hier wieder das playzeichen steht kommt fallout 2 also wenn sofort dann wieder im fall steht dann funktioniert es nicht aber stand das sieht bis jetzt ganz gut aus läuft cool schön ok das ist jetzt der vorspann mit sechmo louis armstrong glaube ich jetzt überspringe ich das ganze mal kann man das überhaupt überspringen nee also ich habe jetzt space und escape gedrückt und bei mausklick kann man es überspringen so wie es aussieht sieht es aus ja das ist noch auf 16 zu 9 wir können hier die options eingeben moment wahrscheinlich hier drauf klucken genau richtig game screen settings gucken wir mal genau steht hier alles da aber ihr wisst das ja wenn ihr ein spiel installiert als erstes immer die einstellungen überprüfen das werde ich später machen ich will einfach nur gucken ob es funktioniert ob das spiel funktioniert das wollt ihr da schließlich auch und so wie es aussieht kenne ich das eigentlich ach nee hier kann man sich wahrscheinlich charaktere aussuchen das sind nur 1 2 3 genau ich bin nochmal hier unter options gegangen und habe mal die screen settings eingestellt denn hier kann man nämlich die sachen nämlich nochmal verdoppeln dann haben wir es nämlich nicht zu klein und wenn wir jetzt hier auf ein neues game gehen dann werden wir mal diesen charakter einfach mal nehmen und die modifizierung ändern und schauen uns ob das funktioniert das spiel und es funktioniert gut ich kenne mich mit diesem spiel überhaupt nicht aus das sieht aus wie eine isometrische 3d darstellung ich kann hier rumrennen ich kann hier reingehen oder wenn ich nicht rein gehen doch hier kann ich hier was auswählen hier kann ich die map auswählen wo ich bin dann kann ich den scanner auswählen ok da brauche ich erstmal motion sensor den ich mir anlegen müsste also das spiel funktioniert perfekt jetzt sind wir wieder zurück auf bottles ja es hat auf anhieb funktioniert das ist in meiner erfahrung klappt das ungefähr 50 50 und dann abhängigkeit noch installieren dann klappt es auch meistens jetzt möchte ich ganz gerne doch noch wie wir es hier zum beispiel sehen möchte ich ganz gerne so eine art thumbnail dazu haben wie ich das hier habe dann gehe ich zurück wieder auf bottles und werde das spiel welches ausgeführt wird das ist dieses hier dann werde ich nämlich das ganze mal umbenennen das ist auch wichtig es ist aber nur jetzt nur kosmetik und nenne es dann ganz normal fallout 2 speicher das ganze ok dann gibt es einen punkt der nennt sich add to library und das kann man nicht so ganz kontrollieren weil er sucht sich nämlich aus dem internet ein passendes vorschaubild aus so gucken wir mal hier da ist es doch schon da ist es dann könnt ihr nämlich hier drauf gehen und es von da aus starten ja so weit so gut schaltet auch beim nächsten mal wieder ein wenn ich wieder was über linux berichte würde mich freuen gebt mir einen daumen oder folgt mir ich wünsche euch noch einen schönen tag tschüss schaltet auch mal wieder ein bisschen 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 Untertitelung des ZDF, 2020